Güsterfang an der alten Festung. Für die Qualifikation und den Ehrenfischer an der alten Festung brauchen wir eine Güster. Wo fangen wir die Güster? Zeige ich dir. Also ran ans Wasser, raus mit der Rute und im Idealfall fangen wir das Ding auch noch mit der Stippe, denn dann machen wir zusätzlich oder haben wir die Chance auf eine zusätzliche Qualifikationsaufgabe, die wir absolvieren. Fange die Trophäen-Güster mit der Stippe und die Stippe ist eben auch für die Güster ein wirklich gutes Gerät. Man kann auch ganz gut mit einer anderen Posenangeln natürlich rangehen, aber wie gesagt, es gibt ja auch noch die Qualifikationsaufgaben fürs Stippfischen und da könnte man zum Beispiel Stufe 6 Aufgabe absolvieren. Fangen Sie eine Trophäe mit mindestens 500 Gramm, nehmen wir also 800 Gramm Güster zum Beispiel, auf Fluorocarbonschnur, die nicht stärker ist als 1,5 Kilo. Richtig harte Challenge, kann man aber eben ganz gut hier machen. Oder eben, man macht die Qualifikationsaufgabe 3, fangen Sie ein Rotauge oder eine Güster in Trophäengröße. Auch das ist hier natürlich möglich. Und da zuppelt es auch schon direkt. Und wir holen den ersten winzigen, naja, einigermaßen maßigen Fisch schon mal raus. Also raus damit und wir gucken, wie die Güster anbeißt. Die Güster ist ja ein bisschen speziell. Einer der Fische, die die Pose beim Rumnübbeln quasi nach oben schiebt, regelrecht. Macht die Brasse auch manchmal, macht die Karausche auch manchmal. Ich glaube, es zuppelt los. Genau, ihr seht, die Pose geht eher nach oben. Und genau in dem Moment, sie geht richtig schön nach oben. Längere Zeit, also nicht nur dieses kleine Rumgezuppel, sondern wirklich längere Zeit nach oben. Dann der Anschlag. Wir gehen natürlich gleich auch nochmal im Detail auf Set drauf ein und welche Köder ich verwende. Das schauen wir uns gleich im Detail nochmal an. Von der Position her bin ich hier an einer, ich sag mal, der drei wichtigen Stellen für Güster. Wir lassen das erstmal am besten. Oh, da war schon wieder einer dran. Das ist halt tricky, ne? Posen angeln ist halt echt jedes Mal alles im Blick behalten. Vorsichtig sein damit. Schön konzentriert auf den Fisch. Und was eben passiert, oder was ja auch gerade in der Nacht passiert ist. Also die Güster können wir halt die ganze Zeit durchgängig fangen. Ähm, reinwerfen und sofort der Biss. Und was natürlich hier auch passieren kann, reinwerfen und es geht die Brasse rein. Ähm, hier war zum Beispiel eine mit 1,2 Kilo. Von daher könnte es auch hier ein bisschen gefährlich werden, wenn man mit 1,5 Kilo Vorfach hier steht. Und, äh, die Qualifikation versucht. Den nehmen wir jetzt nochmal mit. Zack. Genau so. Jawohl. Ich stehe ein bisschen weiter hinten, weil ich nicht so ganz weit werfen will. Ihr seht von der, von der Weite, ich werfe ungefähr, ja, ich sag mal, so gerade in diesen Schatten hier rein. Und, äh, von der Tiefe bin ich gerade bei 1,20 Meter Tiefe. Und, ähm, ja, wie gesagt, von der Weite ist das nicht so super weit. Man kann, wenn man eine kürzere Stippe hat, auch ein bisschen weiter vorne ist, rumprobieren. Das kann sein, dass ihr dann halt ein bisschen höher gehen müsst, weil das Wasser halt vorne ein bisschen flacher ist. Na, was haben wir da jetzt? Und, auch wieder der Anschlag. Oh, hat ein bisschen mehr Speck an der Rippen. Sehr gut. Komm ran hier. Immerhin, knappe 600 Gramm, das schmeckt auch schon. So, ich werfe nochmal aus. Und dann gucken wir mal eben hier auf der Map. Klassischer Spot für die Güste. Eigentlich hier die gesamte Area. Man kann das, wie gesagt, hier versuchen. Man kann auch ein bisschen weiter links drüben versuchen. Also das hier sind diese Bereiche, die immer wieder gut funktionieren. Dann gibt es noch weitere Bereiche auf der Map. Und zwar einmal hier unten in dem Bereich. Beziehungsweise auch hier kann man es versuchen. Hier gehen die Brassen ja auch regelmäßig mal. Hier in dem Bereich. Beziehungsweise hier. Auch da funktioniert das. Oder hier. Also das sind so diese Bereiche grob, wo das immer wieder ganz gut funktioniert. Mit der Güste. Von den Teigen beziehungsweise von den Ködern her ist das recht klassisch. Ich bin hier gerade mit der UL Stippe unterwegs. Nichtsdestotrotz halt eine Tragfähigkeit von immerhin 3,5 Kilo. 3,4 Kilo Schnur dementsprechend drauf. 12er Haken habe ich jetzt gerade bisher verwendet. Erstmal nur. Und Süßteig mit Mistwurm. Regenwurm ist natürlich auch durchaus eine Möglichkeit. Ganz klassischer Köder eben auch für Güster. Und ebenso wie gesagt auch der Süßteig. Der funktioniert immer wieder gut. Wir kennen das ja auch mit dem Angeln auf Güster am Wolchow zuletzt. Da gibt es ja auch schon ein Video auf dem Kanal. Oder mehrere. Aber jetzt zuletzt auch nochmal ein Video mit Karamell und Creme Brulee als Köder Kombi. Auch das ist halt eben die Möglichkeit, wenn man da auf das Süße ein bisschen triggern will. Funktioniert hier auch. Oh, das müsste was anderes sein. Hat nach unten gezogen. Fetter Giebel oder was? Komm mal ran hier. Den Kescher machen wir lieber. 700er Giebel. So eine Güster würde ich auch mitnehmen. Wobei, da kann es auch direkt 800 sein. Ja, das ist hier die Stelle. So sieht es aus. Futter Mische natürlich reinschmeißen. Ist klar. Wenn ihr Güster fangen wollt. Güster ist auch gut anfällig für Futter Mische. Von daher Futter Mische reinballern. Wie gesagt, die Entfernung hier. Was sind das? Vielleicht sind das so ungefähr 12 Meter. Wesentlich weiter ist das gar nicht und muss das auch gar nicht. Kann man natürlich durchaus probieren, ob man die Güster hier auch fängt. Auf Grund. Und dann, wie gesagt, mit der Kombination aus dem letzten Güster Video. mit Karamellcreme Brulee. Mit dem Pop-Up Rig. Das kann man natürlich auch probieren. Also auch das ist durchaus möglich. Na, das sieht doch schon wieder gut aus. Zack. Die nächste Güster. Noch nicht groß genug. Muss noch deutlich schwerer werden. Und da überlege ich natürlich, ob ich nicht noch gleich einen dickeren Haken verwende. Bisher mit dem Zwölfer. Vielleicht macht da doch der deutlich dickere Haken Sinn. Hm. Ich überlege mal. Probier nochmal ein bisschen rum. Und dann gucken wir natürlich auch gleich nochmal in den Kescher rein, ob sich das Ganze hier so einigermaßen gelohnt hat. Ja, es ist die Mittagszeit. Es ist tatsächlich gerade ein wenig Flaute. Es passiert nichts. Zusätzlich habe ich gerade nochmal zwei Grundruten rausgeworfen. Eine ganz klassisch mit einem Wurm. Wir können auch mal kurz reinschauen. Hier haben wir das Set. Also ganz simpel zusammengebaut. Einfach hier kleinerer Haken mit einem Mistwurm. Wie gesagt, Regenwurm auch durchaus möglich. Und die zweite Route ein bisschen komplizierter zusammengebaut mit dem Pop-Up Rig. Einfach auch hier Ledcore in dünn mit 9 Kilo. Das dünnste, was geht. Kleineres Vorfach natürlich. Zwölfer Haken und Karamellgeschmack Pop-Up Mais. Dazu den Sahnedipp. Ähnlich quasi wie am Wolchow zuletzt. So, und mit dem Set probiere ich es jetzt nochmal. Mir fehlt die Güster Trophy. Eigentlich auch nur noch hier am Gewässer. Die Qualifikation mit der Stippe hatte ich ja am Windenbach absolviert. Von daher reicht es mir, wenn mir hier die Güster überhaupt irgendwann mal als Trophy reinballert. Mit 800 Gramm. Das wäre schon sehr, sehr nice. So sieht das aus. Ich werde jetzt hier auf die Abendstunden wieder hoffen, dass es dann richtig wieder abgeht. Wenn das Ganze geholfen hat, gerne den Daumen da lassen fürs Video. Die Glocke reinballern für den Kanal. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri. Ja Mensch, der 30 Minuten Cacher fehlt ja noch. Also wir schauen mal schnell rein. Kaffeeaufträge gibt es. Kann ich noch nicht absolvieren. Die mache ich aber gleich noch fertig. Und dann habe ich 97 Silber für so ein paar olle Güster. Die mache ich auf jeden Fall. Und dann haben wir hier in Gänze mit den Güstern nach Preisen sortieren. Das sieht auch schon ganz gut aus. Vom Durchschnittswerte des Fisches wirklich top. Und dann sind wir hier in einer halben Stunde bei knapp 50 Silber. Da geht allerdings noch deutlich mehr. So, aber nur Petri. Bis zum nächsten Mal.